Moin Freunde! Ja, dann wollen wir mal die Sivatschen Thalas ein bisschen wieder ausgeben, hier bei der Rieferslay, sagt er. Ab in City Park, nicht? Und dann wollen wir mal gucken, was es hier so schönes gibt. Mini-Sivi hat ja am Freitag Geburtstag, ist ja jetzt das letzte Lebensjahr von ihr, wo sie nur einstellig ist, nämlich neun Jahre alt. Und sie wird ja am Freitag schon zehn. Das ist ja nun ein einmaliges Erlebnis im Leben. Dieses von einer Zahl auf zwei Zahlen wechseln. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir was Schönes für sie finden. Ich habe da schon so ein paar Ideen, aber es könnte sein, dass sie hier jetzt zuguckt. Sie ist natürlich nicht dabei. Sie ist natürlich mit dem Großen mit zu Hause, mit dem Hund. Und die sind da schön am Zocken. Aber sie streamt ja auch immer so gerne. Und vielleicht finden wir da ja irgendwie was, was ihr das ein bisschen erleichtert oder verbessert. Naja, müssen wir mal gucken. Ja, was macht ihr denn so Schönes noch mit dem heutigen angebrochenen Tag? Ja, Freunde. So, dann wollen wir jetzt mal rein. Ein paar Siva Cetalas ausgeben und dann gucken wir mal, wie lange die Lütte durchhält und ruhig bleibt. Alles klar, dann haut rein. Und im nächsten Tag gibt es wieder eine Ansage, sobald die fertig ist. Vermute, morgen Vormittag werde ich sie zu Ende schneiden können. Ist eine richtig geile Ansage. Wurde sich schon oft gewünscht. So von wegen mit, naja, in irgendwelchen Fernsehsendungen werden dann irgendwelche beim Kammerflimmern, das kann man dann mit dem Stethoskop ausquitieren, mit dem Stethoskop gehört, so, oh ja, der hat Kammerflimmern. Und solche Sachen. Und das läuft ja im Fernsehen nicht immer so, wie es laufen soll. Da habe ich dann auch noch mal was zu sagen gehabt. Wird auf jeden Fall geil. Ja, in diesem Sinne, haut rein, Freunde. Und hier geht das von der Temperatur einigermaßen. Bis dann, euer Sibi.